So hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Slime Ranger. Wir haben letztes Mal einen Schlüssel bekommen, jetzt machen wir diese Tür auf. Heilige Scheiße, geile Animation. What the fuck? Wo bin ich denn hier? Hier, ich sehe schon den ersten Teil. Gefällt mir. Oh nein. Nicht so ernst, oder? Komm hier überhaupt. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ist das nicht die schnelle Verbindung zu meinem Dings? Die Hinterverbindung, doch ist es. Nice, Leute. Wir haben jetzt eine Verbindung geschaffen. Ich mache schon mal kurz hier. Ah, ich fragte, ich kann hier gar nicht nehmen gerade. Wieso ist denn ein Felslanden hier? Äh, Hühnchen. Jetzt nehme ich mal Kitz. Hühnchen 1, Hühnchen 2. Hühnchen. Wollte die Hühnchen nicht, diese Früchte. Hühnchen 1, Hühnchen 2. Hühnchen 2. Ich möchte doch nicht... Hühnchen 2. Ich möchte diese Hühnchen einfach verfüttern. Wenn wir ehrlich sind. ich weiß klingt hart aber da unten ist ein Gordo und eh ihr mögt Quaderbeeren oder ihr mögt ich weiß doch nicht mehr die Böcherzrüben Steinhäle kommen aber hier rein kurz obwohl ne äh brauchen wir einen Gockel ne haben wir noch Prozent fünf Steinhäle, ein altes Huhn und elf Huhn ich hoffe der ist schneller voll als die anderen immer weil Hühner sind ein bisschen schön Wuhu wir hätten hier noch irgendwelche Hühner wenn sie so vorbeilaufen hier ist noch eins Karotten nicht bitte ah ja das trifft wie gesagt oh Leute das ist warm so dass ich hier keinem mach mal die so 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 ja Leute hier wird nichts geschnitten über die so let's play das heißt es kann manchmal sein dass es bisschen langweilig wird wir wollten ja was verkaufen so was wir haben das schon mal gemacht so f f für flashlighter okay gut kann man gelten lassen so kommen leute meetsplot ich weiß ich sollte mir schlafen gehen ich wollte immer da raus nein gut Leute oh jetzt ist es wirklich wow gut dann müssen wir kurz warten bis unser Chatpaket aufgeladen ist ähnlich habe ich vor dem Tod gerettet so ne du bist ein falscher du bist ein typik du bist einer der das frisst was ich gerade brauche ups ok gut schnauze schnauze dann wach ruhig sind es dir tot kannst du dir auch so aber nein sagen wir es nicht dass du dumm bist oh oh pinksams geht ins Wasser ne oh lol oh es ist nur herzlichen Karate oh ernsthaft schon mein Freund verpiss dich wenn du mir egal du es du du ich kann uns das anschauen ich kann uns das anschauen du kommst mit du kommst mit du kommst mit du kommst mit aber ihr kommt mit und ihr werdet jetzt verhaftet sollte jetzt hoffentlich reichen ne wisst ihr was was wir da rausbekommen und ob das überhaupt reicht sehen wir nämlich in der nächsten Folge bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich j